Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als Jugendlicher, wann hat man da das erste Mal Gelegenheit, alleine Auto zu fahren? Natürlich in der Fahrschule. Ich habe ja schon mal über eine Fahrschule berichtet, die auf Elektromobilität umgestellt hat. Das war vor zweieinhalb Jahren, Fahrschule Rudi Meier aus Bremen-Lienthal. Damals waren es zwei Tesla Model 3, die hier im Bestand waren als Fahrschulfahrzeuge. Jetzt hat sich da seitdem doch einiges getan. Und das ist auch genau die Fahrschule, wo mein Sohn Luca gerade seinen Führerschein macht. Mit zwei Tesla Model 3 sind sie angefangen. Und was die beiden, Christoph und Torben Meier, jetzt so vorhaben, bzw. was schon am Start ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video, wird extrem interessant, also unbedingt dranbleiben. Ja, neben mir sind Torben und Christoph Meier von der Fahrschule Rudi Meier. Moin ihr beiden. Hallo Jens. Wir haben schon mal ein Video gemacht, das war vor zweieinhalb Jahren, glaube ich. Da ging es darum, euch überhaupt noch vorzustellen, dass ihr eine der ersten Fahrschulen hier in Bremen seid, die mit Elektroautoschulen. Damals war es ein Tesla Model 3. Ja. Das habt ihr jetzt gar nicht mehr, sondern ihr seid jetzt umgestiegen auf Q4 und ihr habt jetzt gerade sieben Stück davon geordert, richtig? Sind das sieben oder sind es nicht acht? Ich habe auch noch eins. Ach, okay. Sogar noch einen mehr. Wahnsinn. Also hier stehen jetzt schon mal fünf und ihr habt hier ein großes Gelände in Lienthal. Vielleicht erzählt ihr mal, was ihr hier so aufgebaut habt. Hier steht auch ein Triple Charter. Also was habt ihr hier am Start? Ja, also im Prinzip war es so, wir haben das Grundstück leicht vorbereitet vorgefunden. Ein Gebäude war schon da drauf. Ich weiß nicht, ob man das gleich mal einfangen kann. Der Rest, der hier so zu sehen ist, haben wir dann selber aufgebaut. Hier rechts von uns haben wir 30 Garagen errichten lassen. Die sind in der Verpachtung. Wir haben hier mehrere Charger aufgebaut von kleinen 11 kW Chargern bis zu diesem 150 kW Gerät da vorne. Und die Entwicklung geht eigentlich jetzt weiter. Ist der auch öffentlich verfügbar? Könnte ich da auch laden? Das wäre ja wieder so ein Thema. Den Lader haben wir tatsächlich über eine Bundesförderung fördern lassen. Und die Förderung besagt, dass die ersten drei Jahre das nur betrieblich genutzt werden darf. Und dann darf er öffentlich geschaltet werden. Die kleinen Säulen an den Filialen sind schon freigegeben teilweise. Und da sind wir bei im Verkauf 70 Cent pro Kilowattstunde. Ach, AC, 70 Cent. Aber ihr nehmt es aber auch von den Lebendigen. Jetzt sag mal, wie teuer ist euch das jetzt gekommen, diese 150 KW Säule? Könnt ihr das sagen? Was die Säule wirklich gekostet hat? Oder wenn ihr an die Förderung abzieht, was habt ihr dafür hinblättern müssen? Würde mich mal interessieren. Säule 60, Netzanschluss, ich muss mich kurz hochrechnen. Netzanschluss 80.140, 180 minus Förderung ungefähr 100.000. Der absolute Traum wäre ja tatsächlich, dass wir die ganzen Gebäude, die man hier so sehen kann, dass wir die mit PV-Anlage ausstatten und unterm Strich dann autark unterwegs sein könnten. Von der Gesamtleistung her der PV-Anlage, die hier installiert werden könnte, würde das unseren Verbrauch auch tatsächlich decken. Das passt sehr gut aufeinander. Natürlich haben wir ein bisschen das Problem, dass die Autos unterwegs sind. Wir haben insgesamt vier Filialen und dementsprechend können wir eigentlich genug Strom produzieren. Aber er wird ja hier produziert und wir haben ja vier Standorte. Und das steht natürlich so ein bisschen im Konflikt zueinander. Ja, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Also Stichwort Cloud Stromspeicher. Ja, also habt ihr quasi dadurch, dass ihr jetzt auf Elektroautos umgestellt habt, natürlich einen riesen Kostenvorteil, auch was die Betriebskosten angeht. Also Stichwort Versteuerung, Stichwort Treibstoffkosten. Also das Ding ist ja, einfach mal von heute auf morgen auf E-Mobilität umzuschalten, funktioniert nicht. Da steckt eine langfristige Planung hinter. Das ist so ein bisschen wie Henne oder Ei. Hat man erst die Ladestation beispielsweise, die Ladeinfrastruktur oder erst die E-Fahrzeuge. Wir wollen uns da nicht darauf verlassen, dass öffentliche Ladesäulen ständig zur Verfügung stehen, wo unsere Fahrlehrer immer Zugriff drauf haben. Das funktioniert ja nun mal nicht. Dementsprechend haben wir erstmal die Ladeinfrastruktur gebildet. Jede unserer Filialen ist mit Ladestation ausgestattet. Wie gesagt, der Schnelllader, den wir hier haben, für spontane Sachen, wo es schnell gehen muss, den haben wir. Und als wir diese Ladeinfrastruktur gebildet haben, haben wir dann gleichzeitig die E-Fahrzeuge bestellt. Okay, ihr habt jetzt vorher, am Anfang seid ihr gestartet mit dem Tesla Model 3. Das war so ein bisschen Hype, also Tesla-Fahrschule und so. Das war ganz cool. Jetzt ist der abgestoßen, jetzt ist es Q4 geworden. Warum denn jetzt gerade Q4? Warum SUV? Gab es da Gründe für? Wir wollten dem Fahrstuhl einen soften Übergang bieten, weil wir ja immer noch mit Schaltfahrzeugen unterwegs sein müssen. Das heißt, wir fahren auf einem Golf 8 Schalter und der Übergang zu einem Audi ist immer noch sanfter als zu einem Tesla, der halt ganz anders von der Ausstattung ist, von der Bedienung her. Das Auto ist schön groß, übersichtlich und ist von den E-Fahrzeugen tatsächlich vom Komfort, von der Ausstattung sehr gut, weil es ist ja immer noch ein Arbeitsplatz für die Fahrlehrer. Bei den Fahrlehrern kommt so ein E-Auto auch gut an oder sind die skeptisch? Ja, da sind die Fahrlehrer geteilter Meinung. Die alten Hasen sind immer so, ich muss was zum Schalten haben, ich muss einen Dieselgeruch haben so ein bisschen. Aber die Jüngeren sind auch natürlich begeistert von den Fahrzeugen und fahren natürlich auch gerne dann in der Privatnutzung damit auch rum. Wo ich Führerschein gemacht habe, da war das so, da gab es dann bei mir im Dorf, ich komme vom Dorf, gab es so drei Fahrschulen und die Fahrschule, die den Mercedes hatte, die hatte die meisten Fahrschüler. Also die mit dem Golf, die war da nicht so beliebt und da gab es irgendwie noch ein, keine Ahnung was, Audi, Audi 80 oder so. Und ja, Mercedes, wie ist das denn hier, ist das heute noch so, dass die Fahrschüler sagen, ey, die fahren coole Audi Q4s, wegen des Autos gehe ich da hin oder ist das völlig gar kein Thema mehr, die Markenaffinität bei den Jungs oder Mädels? Es gibt beides, würde ich mal so behaupten. Also, dass es total in eine Richtung geht, kann man nicht behaupten. Die Marke spielt nicht mehr so die Rolle, wie es früher mal der Fall war. Ich hatte auch schon Fahrschüler, die standen kurz vor der Prüfung und da habe ich mal spaßeshalber gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was für ein Auto das hier gerade ist? Und die wussten auch nicht mehr die Marke, schweig in das Modell. Ja, und jetzt dürfen wir mal mitfahren bei der letzten Fahrstunde von meinem Sohn Luca, kurz bevor er Prüfung hat. Ich bin ja echt gespannt, also gleich geht's los. Du hast gleich deine letzte Fahrstunde vor der Prüfung. Wie findest du denn das so, elektrisch zu fahren? Das macht natürlich Spaß und es ist ein ganz anderes Gefühl, als so einen Verbrenner zu fahren, weil die Beschleunigung anders ist, das Fahrverhalten ist natürlich auch ganz anders. Also im Prinzip haben wir jetzt so eine typische Prüfungsstrecke gehabt. Wir haben laut unserem Ausbildungsbogen alles abgearbeitet, was Luca halt wissen muss. Luca weiß alles, kann alles. Jetzt geht es nur darum, das zu erhalten. Und auch da, die psychologische Komponente spielt auch eine Rolle. Oder wenn man jetzt irgendwie eine Woche nicht gefahren ist und dann die Prüfung halt spontan macht, dann sind das nicht keine guten Voraussetzungen. Und dementsprechend fahren wir heute nochmal. Aber eigentlich kommt, es kommt nichts Neues hinzu. Es ist einfach nur das erhalten, was eigentlich schon da ist. Wie ist das für dich jetzt eigentlich? Wenn der Fahrrad hinten drin sitzt, ist das für dich ein Unterschied? Ich mache es eigentlich kaum gerade einen Unterschied. Das wird erst lustig, wenn wir begleitetes Fahren machen. Und ich dann auf dem Beifahrersitz sitzen. Wenn ich dein Auto fahre. Wenn du mein Model S fährst und ich dann vor Angst in Schweiß ausbreche. Torben, ihr habt ja jetzt ganz viele E-Autos im Bestand. Und die müssen ja alle geladen werden. Da zahlt ihr jetzt ja Ladestrom für. Und ihr habt jetzt ein Grundstück, wo du PV drauf machen willst. Was möchtest du machen? Genau, folgendermaßen sieht das aus. Wir haben da insgesamt 30 Garagen, die wir vermieten. Wir haben dann auch ein kleines Gebäude, was da daneben ist. Ein paar Container. Und ich sage mal so, um die 7 bis 800 Quadratmeter stehen zur Verfügung, um die V-Anlage da zu installieren. Also Dachfläche. Dachfläche, genau richtig. Und das Schönste wäre natürlich, wenn wir da den Strom produzieren und selber in den E-Fahrzeugen verbrauchen. Problem ist nur an der ganzen Geschichte. Jetzt verbrauchen wir den Strom natürlich an den verschiedenen Standorten der Fahrschulen. In Bremen, Lienthal und Grasberg. Aber wir erzeugen den Strom ja im Gewerbegebiet. Das Schönste wäre, wir könnten den Strom im Cloud-Speicher irgendwie speichern, dann wieder abrufen, wenn wir es brauchen. Die Technologie gibt es ja. Aber ob das jetzt wirtschaftlich gestaltbar ist, das weiß ich halt nicht. Also Leute, falls ihr da Erfahrungen habt im gewerblichen Bereich mit Strom-Cloud-Anbietern, wo man eben so 100 bis 150 kW-Peak einspeist und das dann woanders wieder abrufen kann, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Weil ich kann mir vorstellen, so eine Fahrschule wie Rudi Meier, die jetzt auf Elektromobilität komplett umstellt, die hat da sicherlich Interesse dran und da gibt es mit Sicherheit noch mehr, die da Interesse dran haben. Also falls ihr da was wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Aber das Model 3 als Fahrschulwagen habt ihr nicht mehr, oder? Ne, ne, die haben wir jetzt abgestoßen. Wir haben ja auch den Flugfahrt komplett auf Audi Q4 e-Tron jetzt umgestellt. Hat auch den Hintergrund, dass alle das gleiche Fahrzeug fahren, dass so ein Wechsel, wenn das mal nötig ist, weil ein Fahrleger krank ist oder im Urlaub ist, dass es kein Problem ist. Weil jetzt vom Model 3 jetzt auf den Q4 hier rumzusteigen, ist ja schon wieder was anderes. Kannst du denn sagen, dass die Autos unterschiedlich ankommen bei den Fahrschülern? Also der Megahype, der ganz zu Anfang da war mit dem Tesla, das ebbt so ein bisschen ab. Das war dann irgendwann nicht mehr so der absolute Knaller, weil ich meine, die Autos sind jetzt ja auch präsent. Die sind ja jetzt wirklich angekommen. Sobald es möglich ist, eine Spur weiter rechts rüber, bitte. Ja, aber so das grundsätzliche Mindsetting ist, glaube ich, das Interessante. Dieses E-Mobilität, mit der Zeit gehen, sich weiterentwickeln, nicht einfach auf dem Stand stehen bleiben. Ja, E-Mobilität gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, auch so eine Geschichte. Also Probleme treten halt bei Fahrschülern nicht auf, die wir aber bei Leuten auftreten, die schon Führerschein haben. Wir haben ja das Problem, dass wir ab und zu noch mit dem Golf Schalter fahren müssen, wegen dieser Schaltkompetenzgeschichte. Boah, da ist ein volles Fund ab, ey. Okay. Wenn du so ein Verbrenner drin sitzt, dann denkst du immer, oh, jetzt hast du einen Lanz Bulldog unterm Hintern und fährst mit dem Trecker durch die Gegend. Boah, das ist nur nervig. Nach links bei der Ampel, nach links. Wie ist das mit den Fahrlehrern? Haben die auch eher Bock auf Elektro und warten nur drauf, dass sie ein Auto kriegen oder wollen sie lieber bei dem Golf bleiben? Ich glaube, zu Anfang war es so ein bisschen bei dem einen oder anderen Fahrlehrer so, ja, das, was ich kenne, das würde ich jetzt ganz gerne haben. Mittlerweile, wir haben ja die Voraussetzungen ganz gut geschaffen, sodass Ladestationen an jeder Fiale zu vorhanden sind. Das heißt, sie haben das Problem nicht, dass sie irgendwelche öffentliche Ladestationen aufsuchen müssen, nicht wissen, wie sie jetzt laden, ob der Stellplatz frei ist und keine Ahnung. Und wir haben in Lientel ja noch einen Schnelllader mit 150 kW, das heißt, worst-case-Szenario, alle Ladesäulen sind irgendwie uns auf den Grundstücken belegt. Dann können die immer noch da hinfahren, weil bei meinen kurz dran stehen für 10 Minuten, Viertelstunde ist das halt schon wieder ausreichend. Also daher ist die Toleranz schon da. Und wie oft ladet ihr dann die Autos so am Tag? Einmal oder mehrmals? Genau, wir haben ja, also einige nehmen das Fahrzeug ja auch mit nach Hause, aber einige lassen das Fahrzeug auch an der Fahrstelle stehen und dann steigen die morgen ins vollgeladene Auto ein. Das ist natürlich auch ganz geil. Dann wollte ich jetzt einfach fahren können, 10 Minuten fahren können. Genau, mach ruhig, bring's ruhig, genau. Ja, ist doch schwer zu karakulieren, die ganze Geschichte. Du weißt ja nicht, die sind nur noch am Fahren im Gegenverkehr. Ich kann ja nicht sehen, ob die Ampel jetzt krümmel oder rot ist. Exakt, genau, das musst du am Fahrverhalten so klar machen. Ja, und du steigst halt morgens vollgeladene Auto ein. Wie praktisch ist das denn? Nichts mehr zum Tanken fahren und das ist auch die Ärger. Und das reicht für den ganzen Tag. Und das reicht auf jeden Fall für den ganzen Tag. Der hat jetzt eine Reichweite hier von, ich glaube, WLTP von 500, ein paar zerquetschen. Und ich sag mal, bei so einem Wetter kommst du auch ganz gut hin. Wir sind ja hauptsächlich im Stadtverkehr unterwegs, was ja dem Ganzen auch noch in die Karten spielt. Aber 500 Kilometer schaffst du am Tag nicht, egal was du machst. Ich sag mal, wenn du jetzt 11 Fahrstunden am Stück hast, nur Autobahn, dann wird es irgendwann schwierig. Aber das ist halt unrealistisch. Ja, das Auto ist alles gut. Ich finde, von der Verarbeitung her, ich saß jetzt eine lange Zeit lang nicht mehr am Tesla, auch mit diesen, ja, wenn die jetzt hier in Brandenburg da gefertigt sind. Ich sag mal, von der Verarbeitung her ist das schon ganz cool. Ist halt Audi so, das passt schon ganz gut. Software, also ich bin da total, was Mainstream ist, softwaremäßig ist halt Tesla nicht zu schlagen so, ne? Von der ganzen Menüführung her, wie das so funktioniert. Updates ziehen, willst du ein Update haben? Ja, zwei Uhr nachts, bitte zieh das mal. Das ist schon wesentlich entspannter, ne? Ja, warte mal, ich muss mal kurz deinen Sohn verprügeln. Was hat er gemacht? Ich hatte ihn hier ein bisschen überfahren. Ja, Luca, erzähl doch mal, was war jetzt dein Fehler? Ja, also ich habe die Haltlinie hier überfahren, habe ich dir gesagt. Und was kostet dich das? Die Prüfung. Die Prüfung und 20 Liegestütze von mir, ne? Achso. Ich muss mich einmal durchsetzen gegenüber dem Prüfer, den Sachverständigen. Da kommt immer so dieses, haben wir noch genug Akku, kommen wir auch wieder zurück oder müssen wir bei der Uni irgendwie aufhören und müssen nach Hause laufen? Das ist auch immer so eine überflüssige Diskussion. Ist ja eigentlich auch ganz witzig so, aber ein bisschen Wahrheit schwingt immer mit. Das sind auch meistens ältere Semester, ne, diese Prüfer? Oh ja, häufig schon. Es gibt auch ein paar jüngere mittlerweile so, aber das ist immer so ein Thema. Ja, E-Mobilität, ja, das ist ein Pfleger, hat keine Zukunft. Und dann muss ich irgendwie argumentieren mit Wasserstoff und so eine Geschichte im Pkw-Bereich, wo ich denke, meine Güte. Die wollen einfach dieses, ich möchte tanken. Das ist irgendwie so, scheint so ein Urinstinkt zu sein. Ja, oder ich kaufe kein Auto und ich muss mindestens 1000 Kilometer weit kommen. Wie ist das denn von den Kosten her jetzt im Vergleich zu den Benzinern? Habt ihr da schon so eine Auswertung, ob die E-Autos was sparen für euch? Ja, wir haben eine Kalkulation im Vorhinein ja gemacht. Und ja, von den Betriebskosten halt, was Sprit angeht, ist es halt wesentlich günstiger. Aber wir haben uns auch ein bisschen vertan. Es wird noch günstiger tatsächlich. Weil wir sind ja, wir haben ja mit Strompreisen gerechnet, die der Normalverbraucher im Haushalt so zahlt. Und wir sind ja nun mal Gewerber und da sind auch andere Strompreise halt möglich. Und dementsprechend wird es halt noch wesentlich günstiger. Aber konkrete Zahlen kann ich dir jetzt nicht nennen. Aber ich sag mal, so sind wir beim Drittel der Spritkosten oder ein Viertel oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ja, das rechnet sich ja dann richtig auf da. Ja, und wir schieben mit so einer Karre 40.000, 50.000 Kilometer locker jedes Jahr. Und das mal acht Fahrzeuge, neun Fahrzeuge. Ja, das macht sich dann schon bemerkbar. Ach, dann mit hier Wartung und also hier die ganzen Wartungsgeschichten, Inspektionen und so weiter. Fällt ja nicht so umfangreich aus wie beim Verbrenner. Steuern fallen weg. Steuern fallen weg. Ach, das sind so viele auch so kleinere Baustellen, die dann schon interessant halt sind. Dann geht es auch schon damit los mit der 1%-Versteuerung, die man beim Verbrenner hat, bei selbst, bei Privatnutzung. Ist ja nicht, 1% bei Elektrofahrzeugen. Auch da wird ja wieder Geld frei. Fahr dann nach rechts bitte, wenn wir am Rampel. Zum Merck ist rein. Zum Merck ist rein, aber rückwärts bitte, ja. Ich fand das ja damals extrem, als ich auf Elektromobilität umgestiegen bin, auch mit dem Privatfahrzeug. Da fand ich schon so, oh, krass, das ist anders. Nur krasser ist der Schritt wieder zurück regelmäßig. Wenn ich mit dem Verbrenner dann sitze, denke ich, meine Güte. Vom Golf dann in den Tesla rein. Dann denkst du, haben die ja was vergessen einzubauen? Dann fehlt hier alles. Und dann andersrum wieder in den Golf einzusteigen, da fragt man sich, warum hat der Wagen denn so viele Knöpfe? Wofür sind die alle gut? Wie ist denn das bei euch? Die Fahrschülerinnen sind ja oft jung, meistens. Es gibt ja welche, die machen später Führerscheine, aber die meisten machen das ja eher jung. Sind die dem Ganzen denn offener gegenüber als ältere Leute, die ihr so kennt? Oder ist das da auch durchwachsen? Ja, die Jüngeren. Also erstmal ist das grundsätzliche Interesse an Fahrzeugen gesunken im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Also früher war es halt wichtig, was viele Autos waren so am Start. Das ist heute auf jeden Fall nicht mehr so der entscheidende Faktor. Ich glaube, dass bei Jüngeren schon ganz gut ankommt, dass es so zukunftsgerichtet ist. Und viele haben ja auch dieses Verantwortungsgefühl für die Umwelt und so weiter. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Und das sehen die jungen Leute halt auch so. Und bei den Älteren ist immer dieses, ja weiß ich nicht, dieses, ich habe das früher gemacht und das ist doch heute auch noch gut. Dieses Festhalten an dem Alten. Und dann so argumentieren, dass es okay ist, noch Verbrenner zu fahren, weil so kenne ich das ja. Also da ist die Gegend ein bisschen größer. Und ich glaube auch, dass viele Fahrschüler, die jünger sind, zu Hause irgendwelche Sprüche unter Umständen kriegen. Aber würdest du denn sagen, dass das, oder dass die jüngere Generation von heute weniger oft einen Führerschein macht als früher? Früher hat man ja quasi zu 100% die Quote gehabt. Also jeder, der 18 war, spätestens 19 hatte man einen Führerschein. Ja. Ist das heute nicht mehr ganz so? Nein, ist heute nicht mehr so. Also im Prinzip war es auch so, als ich, damals gab es dieses begleitende Fahren ja nicht. Und wer mit 18 nicht den Führerschein hatte, hat nämlich schon mal blöde Sprüche gekriegt. Und sind einfach, was stimmt mit dir nicht? Also diesen Stellenwert, was ein Führerschein damals hatte, vor 20 Jahren beispielsweise, den hat er heute nicht mehr. Heute ist das so, ja, ich muss, viele kommen an, ich muss das machen, weil meine Eltern gerne wollen. Ich brauche den wahrscheinlich für den Job irgendwann. Aber so diese intrinsische Motivation, ich habe Bock auf Autofahren, gibt es auch noch, aber die Quote ist auf jeden Fall gesunken. Und auch dieses, ja, weil ich den Führerschein habe, ja, wenn es nicht diesen Monat, nicht nächsten Monat ist, Hauptsache ich habe ihn irgendwann mal so. So Luca, wie war es für dich? Einen Fehler hatten wir noch beim Stoppschild, ne? Ja. Aber morgens Prüfung, meinst du, schaffst du es? Ich bin relativ optimistisch. Was meinst du, Torben, schafft er das morgen? Die Fähigkeiten sind da und umsetzen wir das auch. Hat er einen guten Fahrlehrer gehabt. Ja. Wer war das nochmal? Keine Ahnung. Alles klar, Luca, hau rein. Und am nächsten Tag hat Luca die Prüfung natürlich bestanden. Und er durfte auch zwei Stunden später gleich mein Model S fahren. Und ich würde sagen, er sah ganz zufrieden aus. Na Luca, 17-jähriger fährt Tesla Model S. Wie fühlt sich das an? Anders, aber gut.